Hallo zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns ein, beziehungsweise zwei speziellere Typen von Maps angucken. Und ja, es gibt dieses normale Map-Teil, das wir hier schon die ganze Zeit verwendet haben. Allerdings gibt es noch zwei weitere und zwar einmal Hashmap-Off, wobei das natürlich eine Hashmap liefert und dann natürlich noch die Linked-Map-Off. So, die Hashmap-Off und die Linked-Map-Off sind sozusagen die beiden speziellen Typen. Also wenn ihr direkt angeben wollt, welche Map ihr verwenden wollt, dann gebt ihr das so an, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und dadurch bekommt ihr direkten Zugriff darauf, welche Map ihr hier eigentlich haben wollt. Das Ganze ist mehr von konzeptueller Ebene relevant. Das heißt, wir haben hier nicht unbedingt jetzt im Code so viel, was wir uns heute durchschauen wollen. Allerdings ist es ein bisschen anders, wie die Dinger verarbeitet werden. Und zwar bei einer Linked-Map sind diese Einträge, also ich mache jetzt hier einfach mal einen Eintrag mit 1. Das ist ein Eintrag, ein Paar aus zwei Dingen. Und bei einer Linked-Map haben wir das wie bei einer Liste. Die sind miteinander verknüpft, die sind miteinander verknüpft und so weiter und so fort. Die sind alle irgendwie miteinander verknüpft. Deswegen ist es eine Linked-Map. Bei einer Hash-Map ist das ein kleines bisschen anders. Da hat man einfach einen Eintrag und noch einen Eintrag. Die sind nicht wirklich miteinander verknüpft, aber sie werden gehasht. Und hashen ist eigentlich eine Berechnung, die mir dann quasi ein Speicherstück zuweist auf dieser Map. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte mich sowas kümmern? Das ist eine berechtigte Frage. Und zwar ist es eigentlich eher so, dass es schon wichtig ist, welche Map ihr verwendet. Im Endeffekt ist es für eure Laufzeit wichtig. Das heißt, die Linked-Map ist vielleicht in anderen Dingen schneller als die Hash-Map und die Hash-Map ist in anderen Dingen schneller als die Linked-Map. Hash-Maps sind wirklich, wirklich verdammt schnell, wenn ihr einfach nur einen Zugriff haben wollt. Das heißt, wenn eure normale Operation so aussieht, My-Map von World, dann wird World gehasht und dadurch bekommt ihr sehr, sehr schnell diesen Schlüssel hier zurück. Das heißt, dieser Zugriff hier ist wirklich schnell gewährleistet. Der geht extrem schnell. Und im Unterschied dazu, die Linked-Map, die hat vielleicht ein bisschen langsameren Zugriff per Key hier. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, warum solltet ihr dann eine Linked-Map verwenden? Nun ganz einfach, Linked-Maps, die haben einen anderen schnellen Zugriff. Und zwar könnt ihr auch durch Maps durchiterieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel schreibt, für mein E wie Entry für Eintrag, meinen Entry in meine Map, dann geben wir einfach mal E aus. Und dann sehen wir hier unten schon, ich habe das gerade mal schon kurz programmiert gehabt, aber ja, ich wollte es euch nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Wenn wir das hier so ausführen, dann sehen wir, okay, das ist natürlich einfach durchiteriert. Das kann ich durchaus auch machen. Ich kann da quasi einmal durch jeden Eintrag in meiner Map durchgehen. Und das geht bei einer Linked-Map deutlich schneller. Vor allem für große, also für viele Elemente in der Linked-Map geht das deutlich schneller als in einer Hash-Map. In einer Hash-Map ist allerdings der Zugriff über den Key hier wirklich, wirklich schnell. Und das sind so die beiden Dinger. Das heißt, wenn ihr immer normalerweise durch eure Map durchiteriert, dann ist eine Linked-Map besser. Wenn ihr aber nur auf einzelne Elemente zugreift, dann ist eine Hash-Map besser. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wann iteriere ich denn durchaus? Ich meine, sowas ist ja relativ selten. Nun ja, auf einer Map habt ihr auch die Möglichkeit, Operationen auszuführen, die wir hier auf Listen und so weiter ausgeführt haben. Wir können Filtern, wir können Contains aufrufen, wir können All, Any und None aufrufen, wir können Distinct und Union und Intersect und so weiter und so fort. Find Last, okay, teilweise, diese Operationen werden teilweise unterstützt, sowas wie Reduce oder sowas. All diese Operationen brauchen natürlich das Durchiterieren hier. Das heißt, für all diese Operationen ist eine Linked-Map deutlich sinnvoller als eine Hash-Map. Und deswegen ist auch die Standard-Operation in Kotlin eigentlich eine Linked-Map. Das heißt, wenn ihr eine Map erstellt, dann bekommt ihr normalerweise eine Linked-Map. Wenn ihr aber wirklich immer nur da mit diesen Keys quasi drauf zugreift, weil zum Beispiel ihr eine User-Map habt und die User eigentlich immer ihre Benutzernamen eingeben, dann ist so eine Hash-Map deutlich schneller für euch. Ja, und das ist eigentlich auch schon wieder alles, was ich euch zu diesen beiden speziellen Maps sagen wollte. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.